Was ist ein Krebspolyp? Polypen, sowohl bösartig als auch gutartig, sind Zellkluster, die auf den Schleimhäuten des Körpers wachsen. Zu den Bereichen, in denen sie am häufigsten auftreten, gehören die Nasenebenhöhlen, die Nase und der Magen. Die Blase und der Uterus sind ebenfalls häufiger Lokalisationen, am häufigsten jedoch im Dickdarm. Es ist möglich, Polypen in anderen Schleimhautbereichen wie Dünndarm oder Gebärmutterhals zu finden. Dies ist jedoch weniger wahrscheinlich. Ein bösartiger oder krebsartiger Polyp beginnt häufig gutartig und verändert sich im Laufe der Zeit. Darmpolypen treten häufig mit wenigen oder keinen Symptomen auf, bis die Krankheit ernsthaft fortgeschritten ist. Aus diesem Grund sind regelmäßige Untersuchungen, einschließlich Darmspiegelungen, für alle Personen über 50 Jahre wichtig. Neben älteren Erwachsenen haben Raucher, Personen, die normalerweise Alkohol konsumieren, und Personen, die viel Fettkalorien und wenig Ballaststoffe essen, häufiger Polypen. Übergewichtige Menschen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, ebenso wie Personen afroamerikanischer oder aschkenazischer jüdischer Abstammung. Jeder, der eine familiäre Krebsgeschichte hat, insbesondere Darmkrebs, der ebenfalls zu einer der oben genannten Gruppen gehört, hat ein erhöhtes Risiko und sollte bei regelmäßigen Krebsvorsorgeuntersuchungen gewissenhaft vorgehen. Es gibt verschiedene Arten von Polypen. Der erste Unterschied besteht darin, wie der Polyp angehängt wird. Einige wachsen über einen dünnen Stiel von der Schleimhautoberfläche ab, dies sind gestielte Polypen. Andere erscheinen direkt auf der Oberfläche ohne den Verbindungsstiel, dies sind sitzende Polypen. Ein großer, sitzender Wuchs wird mit deutlich größerer Wahrscheinlichkeit zu einem krebsartigen Polypen als ein kleiner, hängender. Andere Unterscheidungen zwischen Dickdarmpolytypen umfassen adenomatös, entzündlich und hyperplastisch. Adenomatöse Polypen sind die häufigsten und machen mehr als 60% aller Polypen aus. Die meisten werden tatsächlich nicht krebsartig, aber da fast zwei Drittel aller Polypen in diese Kategorie fallen, sind statistisch gesehen die meisten dieser Krebsarten adenomatös. Entzündliche Polypen treten am häufigsten als Folge einer Colitis ulcerosa oder bei Patienten mit Morbus Crohn auf. Diese beiden Zustände erhöhen das Darmkrebsrisiko, es sollte jedoch beachtet werden, dass entzündliche Polypen am wenigsten krebsartig sind. Trotzdem sollte jeder, der Anfälle von Reizdarm, Colitis oder anderen Darmstörungen erlebt hat, regelmäßige Untersuchungen durchführen. Die überwiegende Mehrheit des Restes fällt in die Kategorie der hyperplastischen Polypen. Sie sind am ehesten im Colon des Sendens und im Rektum zu finden. Sie sind fast immer gutartig und bleiben es auch? Während ein krebsartiger Polyp häufig keine Symptome hervorruft, sollten Personen mit hohem Risiko mit den möglicherweise auftretenden Symptomen vertraut sein. Ein Symptom sind blutige Stühle, die rote, blutige Streifen enthalten oder schwarz aussehen und verweilen können. Rektalblutungen, ein anderes Symptom, können sich als Fleck oder Blutstreifen auf Toilettenpapier manifestieren, dies ist jedoch auch ein sehr häufiges Symptom von Hämorrhoiden oder Tränen des Annals. Stühle, die regelmäßig dünn und bandförmig sind, können auf Dickdarmkrebs hinweisen. Obwohl Schmerzen nicht stark mit einem krebsartigen Polypen verbunden sind, kann eine bösartige Maße, die den Darm verstopft, zu Übelkeit und manchmal zu Erbrechen und Bauchkrämpfen führen.